Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online-Teal-Alto. Schau dir mit einem Team Peatsmeet. Heute ist Vorstadt Mayhem. Oh ja, wir haben uns alle Waffen gegeben und unser Ziel ist es, heute möglichst lange 5 Sterne zu halten. Alter, das war ja mega smart. Ja guck mal, die hat von hier aus, hat die dich geschlagen. Alter. Ja, heil dich doch nochmal wieder, ist ja noch nie losgegangen. Wir haben diese Challenge schon mal gemacht und haben da wie viel geschafft? 21 Minuten nochmal? 22 Minuten 25. 22 Minuten 25 haben wir es geschafft mit 5 Sternen so zu überleben, dass mindestens einer lebt und 5 Sterne hat. Das heißt, das versuchen wir heute zu wiederholen und uns selber zu überbieten. Cool. Sobald der erste 5 Sterne hat, zählt der Timer. Seid ihr ready? Ich bin ready. Den auf dem Fahrrad knödel ich gleich richtig weg. Ich suche gerade noch Detail. Auf geht's! Wir haben Player Options, aber schaffst du es schon, Jay. Yes, einfach! Boah, du vernerben! Du wirst die Player Options irgendwo sein. Aber wir dürfen uns natürlich nicht gegenseitig töten, ne? Die Mini-Gall ist ja awesome! Player Options, Terminator. Hab ich, hab ich, hab ich. Die Regan ist mega. Ja, die hat aber nur 20 Schuss, Bram. Der fährt so? Ich hab Bram getötet, der ist mir genau vor die Flinne gegangen. Okay, man darf nicht so nah ranlaufen. Wo bleiben die Hubschrauber? Ich hab jetzt zwei Sterne, ehrlich gesagt. Ich hab jetzt einen Stern. Ich hab zwei. Da kommt Polizei irgendwo. Ich glaub, die kommen gar nicht bis hier. Da hinten! Da! Zwei Sterne! Osten! Die kommen nicht von Osten! Nein, ich sporn und werd direkt wieder überfahren! Da! Da, direkt schon Polizei tot! So, drei Sterne! Da ist drei Sterne! Let's go! Vier Sterne! Oh mein Gott, ich hab fast Bram. Nein, mach mal nicht! Lass mich das erst wieder hoch machen! Nein, nix da! Wo ist denn Bram? Der kommt gerade angelaufen. Ach da! Oh Leute, ich bin dann raus runtergefallen! Gott, der fällt einfach runter! Scheiße! Ja, oder voll ist kein Problem! So, haben wir wieder da! Jawoll! BAM! Warum? Ich konnte, ich konnte nicht bremsen, nachdem ich da rüber gesprungen bin! Der rannte einfach noch fünf Meter! Ja, ich stehe doch vor allen Dingen! Ich hab vier Sterne, hat Schneider fünf? Ja! Ich hab immer noch drei, aber da ist ein Hubschrauber! Ja, und das heißt, das dauert, das ist voll stressig! Den Hubschrauber krieg ich irgendwie nicht weg! Warte mal, ich muss mal ne andere Waffe, ich muss mal upgraden! Ah, next Strider hochzukommen! Upgrade! Okay, vier Sterne! Okay, die Minigun ist schon nicer! Ja, ich bin mir halt drauf! Die Minigun ist super! Alter, die Minigun ist ja RIP, ey! Heli! Oh, auch vier Sterne! Was braucht man? Fünf! Fünf? Was braucht man? In dein Ernst? Ich hab das nicht verstanden, was du gesagt hast! Sag mal, hab ich das versucht zu wiederholen! Dann kriegen wir hin! Okay, irgendwie wollen die nicht hier! Die kommen nicht! Wir sehen noch nicht so krass genug! Da kommt das SWAT-Team! Ja, das SWAT-Team wegmachen ist gut! Das ist SWAT! Das ist dead! Jawoll, alles weg! Ich hab schon einen Stern! Du bravmert einen Stern? Ich hab schon einen! Ja, der wurde ja auch schon gekillt! Zwei Mal! Versteh ich gar nicht! Ah, komm, Alter! Hat doch keiner fünf Sterne! Was kann denn diese Schalke-Spot? Ey, was ist denn da los? Ich hab so ne geile Muskete mit der ich hier umfangen! Alter, was? Und nach, nach! Du hast immer diesen einen mit dem Zwirbelbart! Ey, ich bin gleich schon tot, ey! Und nach! Du bist schon gleich tot! Wir haben aber nicht so ne Einstellung irgendwie, dass man nicht fünf Sterne kriegen kann, oder? Nee, nee! Nein, nein! Das dauert halt ein bisschen! Also... Wir haben die SWAT-Leute mittlerweile weggemacht! Ich wollt auch was sagen! Komm, gönn mal! Da, fünf Sterne! Nice, Zeitloch! Fünf Sterne, let's go! Boah, ich krieg schon Damage! Wovon denn? Weiß ich nicht! Ich würd dir helfen, aber ich seh keine Gegner! Das ist die gute Frage! Irgendwo in der Luft, Zeit! Ja, ist gut! Die müssen auch immer nachkommen, sonst verlieren wir halt auch einfach unsere... Ich werd die gleich abgeschossen von irgendwo! Ja, genau! Wir sollten die ein bisschen dranlassen! Wir sollten die ein bisschen dranlassen! Habt ihr denn schon fünf Sterne? Nee! Ich glaub, die sind nicht um die Luftverstärkung! Ich hab... Wenn Semmi jetzt stirbt, dann haben wir ein Problem! Dann haben wir verloren! Das stimmt! Ja, noch einer muss von uns fünf Sterne haben! Ich krieg die nicht! Arbeite dran! Auf einmal das SWAT-Team ist am Start! Links! Ja, nice! Tot! Oh, sehr blau! Dann mach knapp bitte Schläser! Das ist ja nicht den Strahl... Äh, nicht Peter! Nicht den Strahl kreuzen! Ja! Das stimmt! Ich hab immer noch vier Sterne! Das gibt's doch nicht! Ich hab immer noch schon! Ich hab immer noch vier Sterne! Ich hab immer noch schon! Ich hab immer noch vier Sterne! Dann mal fünf! Nee, vier! Ich hab immer noch fünf! Ich krieg hier keine fünf Sterne! Und du darfst nicht die fünf Sterne! Nein! Abfahrt! Wow, wow, wow! Was war das denn? Ich hab auch fünf! Mein Raketenwerfer! Wieso, wieso krieg ich denn keinen Schaden? Warte mal, ich hab die richtig krass Waffe Leute! Pass auf! Ich bin tot! Aber Jay ist tot? Jo! Der hatte fünf Sterne! Ich hab auch fünf Sterne! Warte mal, ich hab die richtig krass Waffe Leute! Und wir wurden einfach noch nicht getroffen hier, Sepp! Aber ich hab immer eins auch gleich auf meinem Anzug! Peter, kannst du mich mal mit der Pistole anschießen in den Fuß? Ja! Komm schon! Komm schon! Ich will einen mit dem Feuerwerkskörper killen! Will er dich töten! Ich hab den in die Füße! Ich hab den Fuß! In den Fuß! Ich hab meinen Fuß! In den Fuß! Das war, ich schwör's! Wer hat noch fünf Sterne? Christian, hast du fünf Sterne? Ich hab noch fünf! Alles gut! Alles gut! Nice! Immerhin! Alter, dauert ganz schön lange, sich durch diese Dinger zu klicken! Alter! So, nimm mal die Waffen! Ich hab den Fuß geschossen! Ich hab den Fuß geschossen! Ich komm! Ich hab den Fuß geschossen! Oh was! Ich werd direkt gebumst von SWAT! Ich bin tot! Ich bin mördert! Ich steh da daneben! Peter! Christian, du darfst nicht sterben, Alter! Oh mein Gott! Ich hab nur noch halbes Leben! Wir müssen die Hubschrauber wegmachen! Was sind denn Hubschrauber? Ich seh gar keine! Ah! Tschüss! Ihr seid doch crazy! Abraham ist tot! Ja, ich bin gespawnt und bin immer direkt tot! Ich bin da! Ich bin da! Ich sammle! Also Christian hat fünf Sterne! Ja, aber ich hab ja keine fünf Sterne! Ich bin fast tot! Ich hab rotes Leben! Ich hab fünf Sterne! Okay, gut! Ja, nice! Hier! Wegge! Ja, rüber! Oh, jetzt krieg ich aber auch gar... Von wo werd ich abgeschossen?! Ihr von unten! Unten Boden! Unten Boden! Die sind teilweise direkt vorm Haus! Ja, machen wir ja hier mal hoch! Okay! Zumindest bei drei Sternen wieder! Soll ich auch wieder halbes Leben? Irgendwer noch mit fünf Sterne? Ja! Nice! Da kann ja wieder offensiv gehen! Oh mein Gott! Was denn? Nix! Ich bin fast in die Waffe reingelaufen! Achso! Jetzt weiß ich, was Bram mit dem Bremsen meinte! Ja, der dauert ganz kurz, wenn er hoch springt! Heli! Oh, das ist ja Feuerwerk! Heli! Der macht doch gar keinen Schaden, oder? Ja, hier, komm! Weg die Sau! Zwei Helis! So, Leute! Oh nein! Ich bin runtergefallen! Hörst du, die mappt dich an? Doch! Achso! Ja, guck mal! Also muss ich sagen, die Minigern war schon echt geil! Ein Heli down! Ach, Kacke! Ach, Kacke! Oh, die Map hilft ja voll, Alter! Achso! Mensch! Alter! Das ist ja voll davor gelaufen, fast! Und wo? Ich glaube, wir können nur durch unsere eigene Unfähigkeit sterben! Ah, Quatsch! Das glaube ich nicht! 18 Minuten, 14 Minuten haben wir noch! Ja, also wir haben gerade mal... Angefangen! Nur ein bisschen rum! Heli down! Oh, Heli down, nice! Noch ein Heli! Ey, wer schießt jetzt hier wieder auf mich? Auf da und der Heli! Und wo? Ich geh'n wir die ganze Zeit nach hinten! Hä? Und wo? Ich seh' keinen Punkt in der Nähe! Ey, Heli! Das ist ein unbesiegbarer! Jawoll, noch ein Heli! Auch tot! Alter! Heli, das steht nicht! Das steht nicht! Der steht die ganze Zeit! 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 Fuck, die ruhig geworden sind! Okay, den haben wir ja! Welcher Stift nicht? Den haben wir ja! Gegen den unbesiegbaren, wenn die nicht spielen? Welcher Stift nicht? Welcher Stift nicht? Welcher Stift nicht? Der direkt vom Haus oder was? Nee, der ist der Kreuzung! Der steht ja immer noch! Ja! Echt wie Sau! Neuer Heli! Ein Barberschopf Stift nur Kassler, der ist plattgefahren worden! Nee, das ist dein Kollege gewesen. Okay. Fünf Sterne, jawoll. Ja, wir haben noch vier. Mittlerweile? Haben wir alle fünf Sterne jetzt? Nee, ich hab noch vier. Okay. Ich finde gut, dass wir nicht mit Tanks ankommen, das wäre auch echt zu hart. Ja. Alter. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich zu hart wäre. Gibt es überhaupt Tanks? So nicht. Oh, da war ein Heli. Ja, nice. Von der Polizei aus? Was ist das? Oh, ich glaube, ich bin sofort tot. Oh, ich bin tot. Oh, Jack, richtig übel Schaden. Ich bin tot. Ja, ja, hin und wieder ist zugeballert. Ich weiß nicht mal, woher. Die haben krasses Sniper jetzt. Ja, scheinbar. Das war der Heli aus dem Westen. Der Heli? Oh, Sword. This is Sword. Meine Strahl reicht nicht. Oh, der Pilot ist raus. Oh, der Mittelfeuerwerk hat getroffen. Oh mein Gott. Ja, das macht auch Damage. Das geht schon. Nice. Ja, alle sterben nach vorne. Ich hab grad ein bisschen Angst gehabt, dass der Heli uns hier aufs Dach knallt. Alter, das wäre der Shit. Alle fünf tot. Das wäre mega lustig. Oh, oh. Oh, ich krieg kein Damage. Ah, Heli. Heli's down. Die Railgun. Ey. Die Railgun ist ein Schuss auf Fahrzeuge. Hä, was denn? Du hast den gekippt. Hä, aber wieso spawnst du da hinten? Hä? Das spawnen wir alle. Ne, das war nicht am Barbershop. Nein, ich hab nicht. Wie musst du da hinlaufen, du Dulli? Aber ich hab dich nicht am... Du hast... Ich hab genau gesehen. Du hast runtergedreht vor dem Sportauto. Du schießt die ganze Zeit oben hin. Siehst du das? Ich komme und schießt mich ab. Ja, ja. Ah, der hat nur gemacht, um dich abzufacken, glaube ich. Ja, wirklich. Das glaube ich auch. Aber wer kommt denn da noch gerannt? Das war ja nicht weg. Ich bin ermordet worden. Ich bin auch tot. Hat noch jemand fünf? Ich hab vier. Ja, das war's. Das war's. Halt's ab! Ja, wir haben 15 Minuten 16 noch. Ach, Mann. Ja, das... Das ist ja beschissen. Alter, fünf Sterne zu kriegen ist ultra hart. Wie lange dauert das bitte? Ja, das ist hart, die zu kriegen und dann auch nur die zu halten. Ja, irgendwann haben wir aufs Maul gekriegt. Ja. Vor allem, wenn wir so nach und nach... Ja, vor allem, du kriegst ja auch nicht so schnell wieder neu, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, am Anfang haben wir gefühlt so jeder eine Richtung abgedeckt, dann läuft das eine Zeit lang richtig gut. Und dann... Irgendwann nicht mehr. Ja, aber die Frage ist trotzdem, wir hatten zwei Richtungen, die auf jeden Fall frei waren und du kriegst richtig viel Schaden teilweise. Ja, vor allem von rechts kamen. Von rechts kamen echt viele. Weiß nicht mal von wo. Genau, das ist nämlich das Problem. Du siehst die Leute nicht, die dann auf dich schießen. Ja. Okay, das heißt, wir machen jetzt wieder alles auf Reset. Und dann müssen wir mal richtig ballern. Ja, wir müssen uns taktisch ein bisschen besser aufstellen. Vielleicht brauchen wir eine Taktik. Das Ding ist, wir haben halt oben keine Entdeckung. Vielleicht erstmal nicht auf die eigenen Leute schießen. Oh Gott. Alter, Mr. Apelt, ey. Na gut, das Argument ist jetzt aber nicht so falsch. Ja, der drei Sekunden war der dadurch länger weg. Das passiert halt, genau. Du musst halt einmal da reinlaufen, bis die sind weg. Aber ich glaubst du, ich war nicht der Einzige, der gekillt wurde. Ja, Bram zwei Mal. Ne, so ist das nicht. Ich wurde auch gekillt, Jonathan. Aber wie gesagt, du läufst halt einmal irgendwem durch die Waffe durch, dann bist du halt ins Deswegen sollten wir uns nicht gegenseitig abschießen. Aber Sepp wollte das. Ja. Okay. Ich bin da nicht so salzig. Sind alle hin? Ne, alle sind noch nicht. Also ich deck in die Richtung ab, wo ich hier gerade stehe. Ich deck den Barbershop ab. Das ist nur in Norden wieder. Ich guck nach Westen. Das können wir halt gar nicht dauerhaft machen. Ne, wir müssen uns jetzt weg. Wenn einer beschossen wird, musst du ja die Position wechseln, damit der Polizist die... Also musst du jetzt halt im Zweifel mit irgendjemandem dann klar mal wechselst. Ja, ja. Aber das kann man ja da kommunizieren. Du musst dich teilweise auch in Deckung begeben. Okay. Das haben wir nicht geschafft. Das war schon mal fail. Oh, läuft. Wir versuchen... Ja, Moin! Ich Sterne. Auf geht's. Drei Sterne. Ach du Scheiße, Alter. Vier. Drei. Das ist Chaos. Du musst nur so einen SWAT-Typen erledigen, dann hast du direkt... Na, ist keiner mehr übrig für mich, glaube ich. Ich habe da alle weg gemacht. Auf vier. Jawoll. Zwei Helis kommen an. Wo? Wo? Okay, ich decke weiter meine Richtung ab. Jawoll, andersrum. Noch einer Norden. Im Westen nichts Neues, Leute. Ja, was ist das? Osten auch noch nicht. Norden kommt SWAT. Okay. Polizei Auto tot. Der Norden ist hier echt nervig. Der Norden ist hier echt nervig. Wie habt ihr das denn da hinten kaputt gemacht? Die Railgun ist ziemlich sick. Ja. Tja. Ist die Railgun besser als die Minigun? Ja, die Railgun muss halt länger nachladen, aber die ist halt alles One-Hit. Aber die hat doch nur 20 Schuss, oder? Ja, ja, das ist das Problem. Aber da ich vorhin zu viel Haus gehalten habe und dann einfach gestorben bin, dachte ich benutze ich einfach jetzt von Anfang an den geilen Scheiß. Drei. Erfüll vier. Ja, verdammt. Das Problem ist, ich kriege halt im Westen Komplex angefahren. Okay. Vier. Oh, das ist ein Heli. Ah! Ey, one-shottet die, die... Ach, die one-shottet dann die... Egal, die haben wir noch gar nicht benutzt. Ja, die one-shottet dann alles. Okay, ist geil. Nehmen wir mal die Liga erstmal. Aber die braucht ewig zum Nachladen und hat nur 20 Schuss halt. Ja, ja. Aber die ersten 20 kann ich ja erstmal wegballern. Ja, aber ja, war ich auch gerade. Also dann würde ich mir auch denken, ne, wenn hier so ein Ruheballer ist, fahr ich erstmal mit dem Fahrrad gucken. Ja, hab ich verlaufen. Ne, ist doch spannend, wenn mal was hier in der Nachbarschaft passiert. Immer wichtig. Hat eigentlich schon irgendeiner jetzt hier... Ne, immer noch vier. Ja. Boah. Die sind aus dem Westen, da kommt nix, außer Fahrradfahrer. Da komm ich hin. Da hab ich. Ist gerade Ruhe. Ja, gerade ist echt Ruhe. Wir verlieren sie gleich. Na ja, das blieb noch nicht. Wir verlieren sie. Wir schießen ja gar nicht mehr, wo wir sind. Wir schießen gar nicht mehr, wo wir sind. Da kann das nicht sein, ja. Da hinten kommen welche. Äh, Osten. Ja. Oh, ich verschlüssel? Bamz! Wir werden geschossen von irgendwo. Ja, der Heli auch weg. Oh, das ist noch ein Heli. Putz! Wo wieder ein Heli? Ah ja, ich bin schon dran. Yeah. Am liebsten muss ich sagen, schieße ich mal den Pilot draußen, guckt er neben dem Heli dabei zu, wie er anstürzt. Wie er runterfällt, haha. Ja. Das ist ganz schön nice mit der Railgun. Einfach da so rangehen und immer wenn ein Auto um die Ecke kommt, einfach einmal abdrücken tut. Aber geht nur 20 mal. Tschüss Heli. Oh. Ach so, sorry Christian. Oh. I have a training on em. I have a training on em. Wuuu. Ich werd beschossen. Ernst. Ach, scheiße. Was war mit meiner Railgun? We are visual confirmed. Weil ich hier so kein Seelzeit zum snipern. Einfach nochmal hier. Oh shit, meine Rakete ist daneben geflogen. Anleihungsgranaten. Ich hab den Fahrer erschossen. Nein. Ich hab den verloren. Ja, dann hab ich den Beifahrer. Irgendwo ist da einer hinterm Hausbram. Ja, der kommt sofort immer über die Straße dann gefahren. Ja, da ist ein Heli. Dann mach mal den Heli weg. Das war jetzt wieder. Noch ein Heli. Na da. Tot. Scheiße, da kommt ein Heli hinterm Schild. Da. Müssen wir das Schild wegmachen. Huiiii. Da fliegt einer und putz. Ich hab immer noch vier Sterne. Ich auch. Ich auch, ey. Müssen wir mal ein bisschen anstrengen, ne? Aber ist ja egal. So lange einer das hat, ist das ja egal. Ja, genau. Ja, trotzdem. Da muss doch was gehen hier. Ich weiß nicht, wenn fünf Leute nachher die Scheiße haben, ist das glaube ich ätzender. Ja, fünf. Sehr gut. Du hast fünf? Ja. Oder hast du als letztes getötet? Aua. Ja, aber ich schieße auf alles. Ja, da kommen zwei Helis. War noch nur vier. Wollen wir mal Priests feiern? Schade. Ja, würde mich ja interessieren, woran man halt fünf befangen kann. Hammer geschossen. An der Polizei. Da ist wieder ein Fahrradfahrer, weg mit ihm! Ja, weg! Scheiß Gaffer, ey. Ja, Fahrradfahrer. He's down. Ey, ihr habt nur noch 4700 Schuss von dem Witwenmacher. Ja, aber wirklich, Jonathan. Sollte mal sterben. Ja, ich hab echt wenig Schuss. Ich hab wohl die Hälfte von dem Minigun weggeballert. Aber da kommt ja gar nicht so viel. Nur die Minigun ist dasselbe wie der Witwenmacher. Ja, ist nur ein anderes Projektil. Ah. Achso. Aber auch gleiche Schuss? Ja! Alter, ist ja beschissen. Ja! Oh, ich hab einen Schuss abbekommen von irgendwo. Aus Norden kommt keiner mehr. Ey, ihr habt fünf Sterne! Ach, endlich Alter! Dann haben wir jetzt alle fünf Sterne. 18 Minuten haben wir noch. Entspannt. Also wir haben noch drei Minuten, um eben zu toppen. Zu toppen finde ich gut. Unser Loopversuch, meinst du? Nein! Nein, Bram! Ich muss noch mal töten! Meins! Ja, okay. Ja, dann hol dir den Polizeiwagen da hinten. Musst du auch treffen! Ja, ich hätte auch treffen müssen, so. Sehr gut. Jetzt bin ich da egal. Also, wie kommt da? Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Die müssen erst noch neue Polizisten anwerben, glaube ich. Die müssen erst noch neu bauen. Ja. Was ist denn da los? Ein Feuerwerk ist schon nice. Weil ich verlier meine Sterne. Sehr gut, da kommt der Fahrradfahrer. Ja, wieder weg mit dem Vietz. Da kommt auch ein Heli. Der Fahrradfahrer hat gerettet. Ja, sehr gut. Ist er am Boden? Wie meinst du denn da? Den Granatwerk? Ne, macht keinen Schaden. Oh, ich verliere jetzt auch meinen Stern. Ja, im Norden ist ein Auto. Wobei, du hast da auch welche. Wenn man überhaupt 5 Sterne verlieren kann, so easy. Ich verliere die! Da über dir ist ein Heli. Wir müssen mich sehen. Jawohl, kam wieder. Jawohl, kam wieder. Jetzt haben sie mich nicht wieder. Irgendwer noch Probleme, dann kommt ein Heli. Ja, aber letztes Mal war doch viel mehr Bullerei los. Also, ich glaube, der Heli ist zu schnell. Es ist Glück, glaube ich. Ich glaube, wir haben auch... Ist der richtig heftige Watt? Habt ihr schon Swatt gesehen? Ja. Vorhin, aber schon lange her. Wo ist der Heli, der hier angeblich die ganze Zeit bei uns ist? Ja, ich glaube, das ist ein Bug. Der liegt da unten am Wasserbramme. Das ist ein Bug. Ich sehe jetzt mal für die Amis ein bisschen terroristisch aus. Da unten liegt tatsächlich ein Heli am Wasser. Ja, aber der ist schon explodiert. Warte mal, vielleicht muss er noch mehr explodieren. Oh, oh. Oh, ich verliere meine Sterne. Oh, oh. Ah, ist wieder gut. Mann, sind wir krass, ey. Suspect located. Das stimmt, also Swatt ist irgendwie... Das hat mir gerade wieder fast davor gelaufen. Swatt ist aus. Das bewegt mich fast gar nicht ins Spiel. Eli. Aber wenn wir gleich unsere ganze Munition weggeballert haben, haben wir gleich nichts mehr. Ja, das stimmt. Das ist ein leichtes Problem. Also, wir haben nur noch die ganzen Kampiner und so. Wir haben auch schon Akka. Fahrradfahrer! Der Peter über diese Aggressionen gegenüber den Fahrradfahrern. Ah, dann kommt der Holländer aus ihm raus. Eigentlich bin ich doch dann ein Fan von denen. Max, keine richtige Fahrradfahrer. Nicht die Fahrradfahrer. Neu. Vorhin nimmt man das da barm. Feuerwehr! Jetzt keinen mehr. Mutti hat genug vollgekocht. Was? Komm mit der Pistole jetzt. Ja, man muss denn seine Munition einsparen. Habe ich denn das so für geile Waffen? Oh ja, ich habe nie gesehen. Pass auf, hier. Der Einzelschuss. Da kommt wieder ein Polizeiauto. Ah! Ne, das ist die nicht. Sniper Sepp hier am Start. Nein! Okay. Ich wechsle auch mal auf ein kleineres. Alter, ich habe den im Fahrrad aus dem Auto geschossen. Ich bin krass. Leute, ich jetzt werde ich beschossen. Aua. Und wo? Keine Ahnung. Wo denn? Von da hinten, von der Kreuzung bestimmt. Auf der Map, äh, genau. Da sind ganz viele Punkte auf der Map. Yes! Alter, im Fahrrad! Ihr seid so Lappen. Ah, der Atomisierer. Boing! Hier kommt. Boing! Was ist denn eine Rohrbombe? Oh ja, stimmt. Wir können auch mit Atomizer spielen. Das ist eigentlich auch noch richtig lustig. Macht doch gar keinen Schaden, oder? Ja, was ist das? Das habe ich aber schon getötet. Wenn der Wagen auf die draufknallt. Das ist doch richtig lustige Debram. Ich habe einen Ball. Ich habe einen Ball und ich werde ihn benutzen. Ball? Hat der für einen Ball? Nächstes Ball. Ja, hier. Ich werfe ihn an dir vorbei, Christian. Oh mein Gott. Gut, dass der da hinten gelandet ist. Ja. Fahrradfahrer. Äh, da kommen jetzt immer keine Polizei mehr. Habe ich das? Doch, doch. Ich sage, das SWAT-Team kommt gar nicht mehr. Das Gefühl habe ich auch. Vielleicht kommen die nicht. Also. Ist ja auch ausgeswadet haltet sich. Ausgeswadet. Ausgeswadet. Wir haben uns ja einmal jetzt mal taktisch hingesetzt. Wir sind einfach taktisch brillant. Ja. Taktisch. Das ist ja schon bekannt. Ja. Taktisch brillant. Bin ich jetzt hier auf dem... Oh Gott. Ja. Alter brav. Das war ein bisschen knapp. Das war ein bisschen knapp. Boah. Ich will jetzt hier auf dem Haus einfach mal so eine Granate fallen lassen auf dem Vordach. Ja. Mach doch mal. 12 Minuten haben wir noch. 12 Minuten haben wir noch. Wäre lustig. Wie viele Minuten haben wir noch? 12,5. 12,5. Okay. Ja, jetzt ist sie gerade... Alter, wie der flippt. Geil. Einfach alle nur up and 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 so simpel. Ja wirklich ey. Oh jetzt kommt die auch aus der anderen Richtung mal. Was ist denn denn? Ne Pistolen oder? Pistolen ja. Auf den Heli! Hab ich auch Elektroschossen? Warte warte mal irgendwo. Ich hab geschossen vom Heli. Ich seh ihn nicht. Er wird unter den Palmen. Er wird beschützt vom Baum gefischt. Er wurde schlagen von seinem eigenen Auto. Yes. Wie geil. Wo ist der Heli? Ui hinterm Schild. Der Heli hat Stress. Ach da. LOL. Ich bin gemördert worden. Von dem? Ja von dem Heli wahrscheinlich. Wahrscheinlich von irgendwem. Der Heli schießt da weiter. Müssen den Heli runterkriegen. Ui. Ja. Nein. Wer hat ihn wieder? Oh oh. Sei jetzt drauf. Scheiße. Der ist so weit weg. Okay. Der ist tot. Sicher? Nein. Nicht runter. Oh mein Gott. Aber der Heli ist noch da. Okay. Er ist nicht mehr. Was ist der denn? Wo ist der Typ denn am See? Den haben wir da gerade weg atomisiert. Ich glaub der ist das Wasser gefallen. Da kommt noch ein Heli aus Osten. Aua. Alter. Ich glaub der hat auch gelebt am See. Bastard. Ich hab jetzt einmal den Baum. Einmal den Baum explodieren lassen. Was ist das Ding? Oh hier ist es wieder da. Osten. Stürzt ab vielleicht. Kann sich halten. Wie gut die sich halten können. Er weiß selber nicht was er will ey. Oh rausgefallen. Oh jetzt. Der Schießer ist raus. Oh jetzt. Ich hab Schaden gekriegt. Klingt so als wäre ein Atomisierer hier direkt neben uns eingeschlagen. Und was ist denn hier gerade explodiert? Ist der Heli hier gelandet? Ach nur da oben ist er. Ne da oben ist er. Ui. Jetzt ist er weg. Das ist einfach unsere Spielfigur. Ich mach mal testweise die Polizei weg und hol mir die mal wieder ran. Vielleicht hilft das ja. Wir haben alle zu krass viel Polizei. Miss Settings. Ne wo ist der Player Related Option. Aua. Als ob die aus dem Auto mich getroffen haben. Oh. Oh. Okay. Vielleicht gibt es jetzt neue Action. Ups. Ach durch den Atomiser sterben die ja gar nicht richtig. Wir fallen ja nur hin. Ich fliege nur so ein bisschen durch die Gegend. Das ist aber viel lustiger. Das finde ich auch. Einer lebt davon noch. Neu. Okay. Endlich ist diese scheiß Laterne weg. Die hat mich auch sehr genervt. Der lebt sie noch. Nein fahr nicht weg. Wir haben so viel Spaß zusammen. Es kommt keine Smart Teams mehr. Es ist wirklich so ausgeschickt. Geil. Ich setze mich mal auf vier Sterne. Wie kommen die dann? Vielleicht kommen die ja bei vier Sterne. Weil bei fünf normalerweise Panzer kommen. Aber bei unserem Server keine Panzer kommen. Vielleicht. Vielleicht setzt sich dann auch einfach selber zurück. Oder sowas. Wenn du da einfach zu krass die Leute da killst. Lol. Nice. Ich hab auf die Antenne geschossen vor dir. Scheiße. Okay. Meine Sterne waren gerade kurz am Weg gehen. Ja sehr gut. Äh. Na ja. Gut hingekriegt. Nice Heli. Stütz ab. Nein. Sebastian. Ich komme jetzt vom Friseurladen. Bitte schießen sie mich nicht ab. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. wegjumpen lassen. Ja. Sehr gut. Wir haben endlich wieder SWAT-Teams. Yes. Jawoll. Jetzt startet die Party endlich. Da kommen die Boys. Der hat jetzt auch wieder Munition durch sein Mist geschickt. Ja. Achso ne. Eigentlich hatte ich Munition dadurch, dass Sepp mich gekillt hat. Na nicht dadurch, dass du dich selber gekillt hast. Nein. Dadurch hatte ich natürlich auch neue Munition. Aber der neueste Fall war, Sepp hat mich gekillt immer wieder. Aber hat dir beides gleich viel Munition gegeben? Oh 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 oh. Oh die SWAT-Teams kommen jetzt aber häufiger. Aua. Aua. Also am besten kommen immer noch Fahrradfahrer und Autos angefahren. Im Osten ist zwei SWAT-Teams. Dankeschön. Aua. Oh warte mal. Ich sollte nicht so viel spielen. Ich hab noch Half-Life. Ich bin fast tot. Nice. Ich hab noch keine 5 Sterne. Ja. Wollte ich nur sagen. Ich muss mich grad noch anstrengen die hochzukriegen. Ich muss mich mal langsam ein bisschen heilen wieder. Kann man sich denn heilen? 5 Minuten 40 noch. Einfach warten. Doch doch. Bis zur Hälfte. Direkste voll. Wie ist das denn? Warte ja mit SWAT oder? Ist auch geil aber. Er reicht jetzt aber auch ne? Also hier kommt jetzt wieder ein normaler. Da ist ein SWAT. Jawoll. Mein SWAT. Du hast es geschafft auszusteigen. Ja. Der hat jetzt einen Schuss rausgebaitet. Die Sau. Woll. Ich muss grad nur die Raygun ausnutzen. Haha. Der Fak ist einfach wegteleportiert. Oh ne. Im Osten. Komm. Atomizer holen wir den jetzt runter. Ach komm. Ich hab noch keine 5 Sterne. Ich muss mir die auch erfahren hier. Ja. Jetzt hab ich. Jetzt könnt ihr Atomen Atomizer spielen. Ging aber schnell bei dir dann. Oh läuft. Erstmal geh ich wieder runter. Jay hat keine Worte. Reicht aber auch. Ich krieg Schüsse. Ich krieg Schüsse ab. Aua, 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 aua. Ich kriegste Schiss. Oh mein Gott. Ich hab noch ein Drittel Leben. Hab ich die ganze Zeit. Alter wie die. Alter ich bin nicht tot. Ehrlich. Stell dir mal Sniper Schüsse. Geh mal irgendwo hinters Dach. Ja mach ich jetzt auch. Wechsel mal. Mit die auf jemand anders schießen. Wir haben dann richtige Barrikalie im Osten aufgebaut. Mega gut. Ja sehr gut. Da kann hier keiner mehr durch. Ich muss aber sagen, wenn du mit dem Atomizer die Autos abschießt, bei uns sind die weniger noch als die Mercedes. Au. Ciao Svort. Ciao Svort. Boah wie einfach überrollt wurde von seinem Auto. Da Fahrradfahrer. Weck die Fahrradfahrer. Bams. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, woher schießen? Wie schießen? Aua, aua. Aua. Das ist lustig. Der Heli lebt noch. Genau der ist im Wasser oder? Ja, da ist ein Ruder-Punkt. Ne, der wird nur so angezeigt. Leute, ich kann gar nicht nach oben schießen. Hä, wo ist denn der Heli? So weit hoch komme ich nicht. Oh, da ist der Heli. Oh, ich bin down. Hä? Schade, Peter. Schade, Peter. Was hast du denn gemacht? Ja, Deli. Zwei Minuten noch. Ja, easy. Das bin ich. Das. LOL. Du hast nicht angeseinigt. Du hast gesagt, ich bin down. Ja, du bist down, aber du hast nicht gesagt, du kommst jetzt. Das bin ich. Das war die Ansage. Von Sebastian. Ich bin down. Er hat sich das gewünscht. Ich bin auch tot. Auf der Straße sind halt ein Topfile. Okay. Ich hab beide an fünf Sterne. Ich bin am Leben. Was wollen wir mehr? Ich hab auch fast kein Leben mehr. Also ich krieg jetzt auch gut Schaden gerade. 1,18. Oh, ne. Oh, ne. Fahrradfahrt. Ich bin schon lustig. Oh, warte. Oh, das war knapp. Da hätte ich dich fast weggemäht. Ich vertraue darauf, dass du darauf achtest. Ja, ich wollte den Fahrradfahrer wegdüsen, aber... Ey, ganz close sind hier irgendwelche... Ja, weg. Okay. Back of business. Ok, back in business. Letzte Minute. Ja, sammeln sie. Boah, jetzt sammeln sie noch mal ihre Kräfte, genau. Rei Gun Abfahrt! Naja, Rail Gun, genau. Wuuuuu! Ich krieg von der Kreuzung Damage. Von meiner noch nicht. Da sind alle tot. Aua, von rechts. Glauben wir da von rechts irgendwo Schaden? Sehr gut. Ich stehe jetzt an wie der König der Welt. Aber SWAT ist jetzt wieder aus, ne? Nee, hier kam gerade einer. Oh, ich bin fast tot. Habt ihr 5? Ich hab 5. Ich hab noch 5. Okay. Können wir aber keine Gegner mehr haben. Ich hab 1. 1? Ich hab 3. 3, 2, 1. Easy geschafft. Easy. Bäm. Darauf den erstmal weggeknallt. Müsst du sterben? Wir müssen ja schon zumindest ein bisschen länger machen. Sonst hast du ja gar keinen neuen Rekord. Ja, wir haben jetzt offiziell einen neuen Rekord. Achso, dumm. Ja, okay. Offiziell? Ja, gut. Wir haben die Challenge geschafft auf jeden Fall. Nein! Und ich bin schon wieder runter. Die heutige GTA Online Challenge, die ist erfolgreich abgeschlossen. Da ist wieder ein Fahrrad fahren. Was? Oh mein Gott! Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig killen müssen. Achso. Still alive. Hä? Das war ja auch nicht kill. Wieso wurde ich hier getötet? 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 Nicht von uns. Karma! Das war ein Gegner. Karma! Leu. Jay, siehst du den rechts da für den mit den Locken? Wird den da? Ja. Wie lange brauchen wir denn? Wie viel mehr wollen wir denn machen? Wir sind bei 37 Sekunden mehr. 40 mehr. 41. Ja, 2 Minuten mehr schaffen wir auch, oder? Ja? Ja. Wie viele Leute mit 5 haben wir denn noch? Ich hab noch 5, aber ich stehe hier im Dach. Ich bin alle da. Oh, lol! Jay läuft einfach zu melden auf die Fresse. 5 noch 5 Sterne? Wir werden nicht einfach uns rein den Leuten killen, oder? Warte, wir werden noch 5 Sterne? Ja. Noch hab ich. Noch hab ich. Dann wird ja auch hart geschossen gerade. Dann liegt mir so in den Fingern, Jonathan zu töten, ne? Oh, schon. Ihr müsst da hoch. Ihr müsst da hoch. Ihr ist alles voll jetzt. Oh, aber alles voll! Sorry, Bram! Ja, ey. Kein Problem. Boah, war das knapp. Ich hätt fast Jay gekillt. Ach. Ja, das... Ich bin halt so ein bisschen gestrived. Und manchmal Bram plötzlich von meiner Nase. Hab ich eben einen Punch mit dem Ellbogen gegeben. Oh, Eli. Eli gefährlich. Oh, geil. Ich mach gerade einen Menschen-Style. Wow, wow! Von wo denn? Ram, you can do it. Ich glaub an dich. Ja, ich werd's noch schrafen. Komm in meine Arme! Komm schon. Jawoll! Jawoll! Good job! Geil! Ich werd verschossen! Wer soll gehen? Ich hab keine Minigun mehr. Ja, du hast nämlich nur noch einen Biggun. Ah! So! Geil! Ja, das war der Pilot, oder? Ja! Und tschüss! Tschööööö. Ich schnipe jetzt. Ich hab echt keine Munition mehr. Hä? Ich schnappe die weggeballert? Aua, also das Spottlinge, die machen wir auch. Hast du gesagt, ich schnipe jetzt, ok. Snipen vsakt. Ja, ja. Das ging ja schnell. Hab drei Schuss probiert. Ja ok, mal hin. Aber kannst ja den Heli mit ersparen. Das ist ganz geil, wenn du in Autos die Reifen wegschießt. das ist dann diese automatische schruttflinde ok signal fackel das ist wichtig das war richtig so smart wir kommen schon heli ich bin hingefallen und gestorben ja weiss auch nicht wo jetzt geht es vorbei alles klar Sebastian what the fuck also kann an Tränengas sterben du hast einfach uns alle gekillt oben auf dem Dach ich mach ein bisschen rauch weiss auch nicht warum man an Tränengas sterben kann ich versteh auch nicht voll die Lappen Sebastian dachte wahrscheinlich wir weinen ein bisschen ja tu ich jetzt auch Christian wie viel waren wir drüber drei Minuten 37 98 ok aber das ist nicht schlecht das heißt wir haben eindeutig die Challenge geschafft ja eindeutig eindeutig vielleicht sogar wer weiß das schon ok also wir sind besser als wir selber noch vor ein paar Jahren und wir danken vielmals dass ihr eingeschaltet habt bis zur nächsten geht ihr online Challenge tschüss 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 tschüss